Hunde, Katzen, Wölfe, Affen, Menschen grinsen, Menschen gaffen Und sie haben Tiergesichter, wirken oft wie Bösewichter Die Jungen schauen so niedlich drein, Stirne hoch und Nase klein Das Kindchenschema voll erfüllt, entsprechend unserem Babybild Doch die Bestie schläft versteckt, wird erst beim Futterneid erweckt Das feinzählige Neidgeknurre verdrängt die sanfte Katzenschnurre Wenn Hyänen zärtlich jaulen, während Asgerippe faulen Wer denkt dann an ihr Zähnefletschen, bevor sie Beuteknochen quetschen? Füchse, Katzen, Marder, Hasen, stumpfe, spitze, lange Nasen Sanfte und brutale Typen, dicke, schmale, dünne Lippen Stechende und kulleraugen, glatzen Haare, dicht wie Hauben Weiche, straffe, sanfte Züge, geschönt mit kleiner Make-up-Lüge Die nackte Wahrheit im Gesicht zeigt sich im Spiegellicht Prominente und Politiker sind Opfer aller Kritiker Objekte der Karikaturen mit Gesichtern und Staturen Karikatur ohne Humor kommt eigentlich nur selten vor Denn dann wär sie Spott und Hohn mit bösartigem Unterton Drum sorgt der Karikaturist dafür, dass es erträglich ist Für das erkorene Subjekt Vergnügen im Betrachter weckt Geschmacksgrenzen nicht überschreitet Und jedes Mal Humor verbreitet Ich könnte mich endlos wiederholen Sollte ich das wirklich wollen Daten aus dem Speicher holen Bilder überblenden Auf Facebook und auf YouTube senden Viele Daten runterladen Zu meinem Nutzen oder Schaden Doch ich bin lizenzenfrei bei meiner stillen Zeichnerei Und mein Subjekt blickt dich stets an Was es mit zwei Augen kann Und das Menschliche in mir bekommt ein Spiegelbild im Tier Ich zeige hier nur Säugetiere Weil ich die Verwandtschaft spüre Zum Beispiel schauen sich Herr und Hund sehr oft ähnlich Und den Grund, den er forscht Psychologie Nicht ohne die Physiognomie Es hat Muskeln im Gesicht der Engel und der Bösewicht Wo je nach Stimmung im Gemüt ein Impuls die Fasern zieht Darum verrät uns das Gesicht Ist wer zornig oder nicht? Ist er grantig oder heiter? Geht's bergauf die Stimmungsleiter? Schweift er ab und bleibt nicht munter? Oder geht es gar hinunter in teilnahmslose Apathie? Er schlafft die Physiognomie? Es ist der Ausdruck im Gesicht Der wortlos das Gefühl anspricht Ob das Böse hässlich ist und das Gute schön Wagt der Karikaturist Dem Thema auf den Grund zu gehen? Belassen wir's doch beim Humor Denn der kommt nur bei Menschen vor der Kone Good 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 Vielen Dank.